Zum Test Ihres Layouts stellt Ihnen Word drei verschiedene Blindtexte zur Verfügung. Sehen Sie hier, wie das geht. Zum Test von Zeichenformatierungen, Absatzabständen oder Seitenränder benötigen Sie immer Beispieltext, anhand dessen Sie die Formatierung prüfen können. Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie mithilfe einer Word-Funktion im Nu Beispieltext erzeugen. Beispieltext im Fachjargon Blindtext bezeichnet, kommt immer dann bei der Gestaltung zum Einsatz, wenn der eigentliche Text noch nicht vorliegt. Um in Word Blindtext zu erzeugen, geben Sie nacheinander folgende Zeichenfolgen ein. Ist gleich, Rand, Klammer auf, Klammer zu. Wenn Sie jetzt die Eingabetaste drücken, erzeugt Word sofort drei Absätze mit einem kleinen Beispieltext. Leider gibt es darin grammatikalische Schnitzer, was an den grün unterstrichenen Bereichen zu erkennen ist, lässt sich jedoch leider nicht vermeiden. Neben diesem Standardtext stellt Word zwei weitere Blindtexte zur Auswahl. Einmal mit Rand.old, Klammer auf, Klammer zu. Dann erscheint der aus Word 2003 und älter vertraute Beispieltext mit Franz, der in einem verwahrlosten Taxi quer durch Bayern rast. Und zu guter Letzt steht auch ein pseudolateinischer Text zur Auswahl, diesmal mit ist gleich lorem, Klammer auf, Klammer zu. Das drückende Eingabetaste sorgt für einen pseudolateinischen Text, dessen Einsatz sich immer dann lohnt, wenn kurze Worte gefragt sind und das Seitenlayout beispielsweise im Spaltensatz gesetzt ist. Beim Erstellen des Beispieltextes können Sie festlegen, aus wieviel Absätzen und aus wieviel Sätzen ein Absatz bestehen soll. Denn in den Klammern lassen sich Werte angeben. Möchten Sie beispielsweise ein Absatz bestehend aus fünf Zeilen erzeugen, geben Sie in der Klammer 1,5 ein, platzieren den Cursor hinter der Eingabe und drücken die Eingabetaste. Und schon bekommen Sie das passende Ergebnis. Benötigen Sie zwei Absätze, ändern Sie entsprechend auf 2,5, platzieren den Cursor hinter dem Kommando und drücken die Eingabetaste, worauf zwei Absätze mit jeweils fünf Sätzen erscheinen. Das Ganze funktioniert nicht nur beim lateinischen Blindtext, sondern auch bei den anderen beiden Blindtextarten. Auch hier können Sie gezielt durch Eingabe von Absatz, Anzahl der Sätze festlegen, wie groß Ihr Blindtext werden soll. Nutzen Sie diese Technik, wie in diesem Video beschrieben, immer dann, wenn Sie für eine Layoutaufgabe schnell Text benötigen oder bestimmte Formatierungen anhand von Text ausprobieren möchten. Das Ganze funktioniert nicht nur beim nächsten Mal.